Jo Leute man, ich wollte eigentlich mal meine alten Autositze wieder heile machen. Guck mal, hier ist überall dreckig, hier ist ein Brandloch, hier ist irgendwas kaputt. Das war alles so ein bisschen, weißt du, einfach nur ein bisschen eklig. Darum habe ich mir die geholt von Royal Club Sitzbezüge. Ja, und wir sagen einfach mal dieses 1, 2, 3 und feuerfrei. Jo, ich habe vergessen, Armlink gibt es auch noch dazu. Bitteschön.